Die Ile d'Re, Früh Ile d'Rhe, ist eine Insel an der französischen Westküste. Sie liegt etwa 1,6 Essem westlich von La Rochelle und 6,5 Essem nördlich ihrer Nachbarinsel Ile d'Oleron. Zwischen den beiden Inseln liegen die Ile d'Ex und eine künstliche Insel, das Fort Boyard. Die 30 Kilometer lange und bis zu 5 Kilometer breite Insel ist an der schmalsten Stelle, bei Le Matre, nur ca. 100 Meter breit. Von den Inselbewohnern und Touristen wird sie auch Re-La-Blasche, also Re-Die-Weiße, genannt. Eine griechische Kosmographie aus dem 7. Jahrhundert nennt die Insel unter dem Namen Rathis. Es gibt dort ausgedehnte Marschbodenflächen, Pinien- und Zypressenwälder sowie feine Sandstrände. Anbindung Seit 1988 verbindet eine 2,9 Kilometer lange mautpflichtige Brücke die Insel mit dem Festland. Der Mittelteil der Brücke lässt einen Freiraum von 27 Metern über den Meeresspiegel, um den Kriegsschiffen der französischen Marine die Einfahrt nach La Rochelle in den Hafen von La Pelle zu ermöglichen. Sie erreicht die Insel am Pointe des Sablanche-O, dem östlichsten Punkt der Insel. Der Bau war lange umstritten, weil die Insulaner den Verlust ihrer Eigenständigkeit und der beschaulichen Ruhe fürchteten. Der Tagestourismus wird durch eine in der Sommersaison relativ hohe Gebühr etwas eingeschränkt. Die einheimischen zahlen dagegen ganzjährig einen reduzierten Tarifverwaltung. Die Insel gehört zum Département Charon-Maritime in der Region Poitou-Charon. Die 17.720 Einwohner verteilen sich auf die Gemeinden Révedoux, La Flotte, Saint-Marie-Déry, Saint-Martin-Déry, Les Beuys, Plague-On-Ré, La Cour des Urmer, Leucas-On-Ré, Saint-Clement des Barleines und Les Portes-On-Ré, Städte-Partnerschaften. Philippsburg Deutschland seit 1974 Wirtschaft Austernzucht Die Austern- und Muschelzucht nimmt einen großen Platz in der Wirtschaft der Insel ein. Während im Jahr 1915 nur etwa 115 Hektar dafür genutzt wurden, sind es heute etwa 1000. An der Nordküste der Insel, dem Pertwiesbreton, haben viele Austernzüchter ihre Produktionsstätten, die Möglichkeit der Verkostung wird überall geboten. Fischerei Die Fischerei ist einer der Hauptwirtschaftszweige der Insel. Alle Häfen liegen an der Nordküste der Insel, dem Pertwiesbreton. Die Fischer der Insel verkaufen ihren Fang auf den täglichen Märkten in den Orten und auch direkt am Kaifrisch vom Boot. Punkt, 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 Landwirtschaft Hauptsächlich im fruchtbaren Osten der Insel wird auf mehr oder weniger großen Parzellen Landwirtschaft betrieben. Auf der Insel werden überwiegend Kartoffeln, Gemüse und Wein angebaut. Der leichte bis mittelschwere Sandboden erlaubt den Anbau von Kartoffelsorten, die es in Frankreich sonst nicht gibt. Sie sind die einzigen Kartoffeln in ganz Frankreich, die das Prädikat A.O.C. tragen dürfen. Das Gemüse wird Frankreich weit unter der eigens geschaffenen und geschützten Herkunftsbezeichnung Iledere vermarktet. Salz Ein heute weniger bedeutender Wirtschaftsfaktor ist die Salzgewinnung in den Salzgärten bei Leug. Sie beanspruchen etwa 350 Hektar. Der an den Ufern wachsende Queller wird frisch oder konserviert verkauft. Früher wurden bei der Arbeit mit dem Salz großen Teils Esel eingesetzt, deren Beine zum Schutz vor Insekten mit karierten Hosen bekleidet wurden. Die hosentragenden Esel sind eines der Wahrzeichen der Insel. Eine große Herde gibt es noch auf dem Gelände der Festung von Saint-Martin-Déry. Das Ecomussee des Marais-Salands informiert über die Geschichte der Salzgewinnung auf der Ile-Déry. Thalasso An der Südküste befindet sich zwischen Rive du Plage und Saint-Marie-Déry ein namhaftes Thalasso-Zentrum. Tourismus Etwa 200.000 Touristen im Jahr finden in den zahlreichen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen aller Kategorien eine Unterkunft. Die durchschnittliche Sonnenscheindauer von 2.800 Stunden im Jahr, der meistflache Sandstrand. Das durch den Golfstrom temperierte Wasser und der frische Wind machen rät zu einer familienfreundlichen Insel. Darüber hinaus verfügt die Insel über mehr als 100 Kilometer Fahrradwege. Einige Naturschutzgebiete der Insel sind Sumpfgebiete und nur per Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Nördlich von Ass-on-Ré erstreckt sich ein großes Vogelschutzgebiet, die Reserve Naturelle de Lio des Niges. Veränderungen durch den Tourismus In der Zeit vor dem Bau der Brücke konnte die Insel nur durch einen Fährdienst zwischen La Palace und Sablon-Cheau erreicht werden. In den Sommermonaten waren Wartezeiten von mehreren Stunden üblich. Seit dem Bau der Brücke hat sich das Tourismusaufkommen vervielfacht, wodurch die Insel mit vielen neuen Problemen konfrontiert wurde. Unter anderem einem explosiven Anstieg der Immobilienpreise. Dieser hat sich noch verstärkt, seit der Flughafen La Rochelle von mehreren nationalen und internationalen Fluglinien angeflogen wird. Verbunden mit den hohen Grundpreisen ist auch ein starker Abwanderungstrend bei der einheimischen Bevölkerung. Insbesondere junge Leute verlassen die Insel, da ein Haus dort mittlerweile nur noch schwer erschwinglich ist. Lange Zeit drohte auch eine Zersiedelung der Dörfer durch wildes Campen, gegen das die lokalen Behörden in der Regel hart durchgreifen. An einigen Stellen wird es jedoch auch geduldet, verboten ist mittlerweile auch das Kampieren auf dem eigenen Grundstück, wenn dieses unbebaut ist. Der Anstieg des Tourismusaufkommens hat der Insel jedoch auch Vorteile beschert. In der traditionell armen Gegend wurden sehr viele neue Arbeitsplätze geschaffen, auch der Absatz der landwirtschaftlichen Betriebe konnte deutlich gesteigert werden. Ein weiterer positiver Effekt ist die Renovierung der Dorfzentren, die in den 1980er Jahren zumeist in schlechtem Zustand waren. Zahlreiche französische Prominente haben in letzter Zeit Ferienhäuser auf der Insel erworben. Verkehr Durch die ständig wachsende Bevölkerung und den expandierenden Tourismus war es zum Ende des 19. Jahrhunderts notwendig geworden, bessere Anbindungen an das Festland zu schaffen. Deshalb nahm 1875 ein Pendelverkehr zwischen Rivedoux und La Palace mit Dampfbuten den Betrieb auf. Im Juli 1895 wurde die Eisenbahn zwischen Ars-en-Ré und La Couade eingeweiht. In den Jahren danach wurde die Strecke über Saint-Clement des Barleines bis Les Portes-en-Ré erweitert. Aus dieser Epoche sind nur noch der Bahnhof von Ars und der Lokomotivschuppen in Les Portes übrig geblieben. Seit die Bahn 1935 ihren Betrieb einstellte. Der Bahnhof dient dem Maler Philippe Deschamps als Atelier und Galerie, der ehemalige Lokschuppen dient inzwischen als Remise der Feuerwehr. Heute ist der Streckenplan der Autobuslinie zwischen Les Portes-en-Ré und Lier-Roch-el gut organisiert. Auch die kleinen Orte auf der Insel werden bedient. Die Buslinie befährt auch die mautpflichtige Brücke zum Festland. Das Betriebswerk der Busse befindet sich in Saint-Martin-de-Ré. Weinbau Bereits seit dem 10. Jahrhundert wird auf der Insel Wein angebaut, der von da an neben dem Salz eine der wichtigsten Einnahmequellen war. Die Anbauflächen dehnten sich zeitweilig weit über 1500 Hektar aus, sodass der ganze südöstliche Teil der Insel nur von einigen Getreidefeldern unterbrochen, mit Weinpflanzen bedeckt war. Im 18. Jahrhundert erntete man regelmäßig zwischen 20.000 und 40.000 Fässer. Gedüngt wurden die Pflanzen mit Seetang. Von der Replaus-Katastrophe in den Jahren 1875 bis 1880 blieb auch der Weinbau auf der Insel nicht verschont. Sie wirkte sich stark auf den Weinbau aus, nur die Pflanzen, die auf den Dünen standen, blieben weitgehend verschont. In der heutigen Zeit werden auf den verbliebenen 650 Hektar Rebfläche die Traubensorten Sauvignon Blanc, Colombat Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Ogni Blanc angebaut. Die geernteten Trauben werden in der Winzergenossenschaft der Insel gekältert. Hier entstehen Landweine in Form von Weißwein, Rotwein und Rose, die als Winde, Pace, Charente, Iledere verkauft werden. Dazu wird der regionaltypische Peino aus weißem oder rotem Traubenmost namens Jiri hergestellt. Da die Iledere am nordwestlichen Rand des Cognac-Gebiets liegt, wird auch ein Cognac mit Namen Le Gouverneur gebrannt. Geschichte Frühgeschichte Zahlreiche Historiker vermuten, dass die heutige Insel noch zur Römerzeit ein Teil des Festlands war und durch eines der in diesem Gebiet zahlreichen Erdbeben abgetrennt wurde. So berichtet der hellenistische Geograf Poetolemius von einem Vorgebirge an diesem Ort, nicht aber von einer Insel. Die 30 Kilometer lange und bis zu 5 Kilometer breite Insel bestand früher aus den Inseln Leug im Norden. As mit Saint-Clement des Barleines und Les Portes-en-Ré im Westen sowie der wesentlich größeren Insel mit Révedou-Plage, Saint-Marie, La Flotte, Les Beuys-Plage, Saint-Martin und La Cour des Urmer. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte wurden die drei Inseln durch die Ablagerungen von Sedimenten miteinander verbunden. Während der Altsteinzeit war die Insel wohl noch nicht bewohnt, weil es für die Menschen keinen Schutz gegen die polare Kälte gab. Menschliches Leben in der Jungsteinzeit kann durch archäologische Funde nachgewiesen werden. In der Nähe von Beuys wurde im 19. Jahrhundert die Grabstätte Poipiere entdeckt. Bei Ausgrabungen an der Nordküste, insbesondere an der Landspitze von Lysay, wurden Werkzeuge aus der Jungsteinzeit sowie Arbeitsgeräte aus der Bronze- und Eisenzeit gefunden. Römerzeit Über die Bedeutung der Anwesenheit der Römer auf der Insel gibt es nur wenig Beweiskräftiges. Immerhin wurde aber 1852 in La Flotte eine Vase entdeckt, die mit einer Darstellung des Bakkus verziert war. In der Vase, die mit einem Deckel verschlossen war, befanden sich 800 Geldstücke, die Bildnisse römischer Kaiser trugen. Bis zum Beginn des IV. Jahrhunderts soll es einen römischen Neptuntempel beim Dorf Roland in der Nähe von Lebois gegeben haben. Mittelalter Die Insel wurde in den ersten zehn Jahrhunderten heutiger Zeitrechnung von den Herzögen von Aquitanien beherrscht. Etwa um das Jahr 700 errichtete Herzog Jutz eine Festung in der Nähe von St. Marie und in der Siedlung einen Kloster, in dem er seinen Lebensabend verbracht haben soll. Nach seinem Tod wurde er in St. Martin bestattet. 1730 fand man bei Bauarbeiten im Gouverneurshaus im Fußboden eine Krone, die aus vergoldetem Kupfer bestand und mit vier Edelsteinen. Darunter einem Türkis besetzt war, am Metall hing noch das Bruchstück eines Schädels. Historiker sind sich einig, dass es sich um die Krone und den Kopf von Herzog Jutz handelt. 1854 verschwand die Krone auf dem Transport ins Kaiserliche Museum in Paris und ist seitdem verschollen. Von 845 bis 868 befand sich auf der Ile d'Re bzw. in Sainz an der Charente ein Stützpunkt der Leuren-Normanen. Im Hundertjährigen Krieg wurde die strategisch wichtige Insel sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und auch die Huguenottenkriege gingen an der Insel und ihrer Bevölkerung nicht spurlos worüber. Neuzeit etwa ab 1625 wurde die Insel von Jean de Saint-Bonnet, Marquise de Toiraz regiert, der sie zuvor von den Huguenotten erobert hatte. Er ließ das Fort de la Pré und die Festung von Saint-Martin de Rebaun. Zu dieser Zeit befand sich die Insel im Krieg und die Engländer landeten unter Herzog Buckingham in Sablangeau, um von dort aus Saint-Martin zu belagern. Toiraz gelang es unter größten Schwierigkeiten, schlimmsten Entbehrungen der Bevölkerung und mithilfe einer Flotte des Königs Ludwig XIII. Buckinghams Truppen von der Insel zu vertreiben. Sie blieb in der Folge unter französischer Herrschaft. Für seine Verdienste wurde Toiraz zum Marischal de Frans ernannt und trat in die Dienste des Königshauses Savoyen. Zu dieser Zeit wurden die Befestigungsanlagen von V. Banfer vollkommnet und 1685 fertiggestellt. 1696 versuchte eine englisch-holländische Flotte, die Insel erneut zu besetzen. Die Kanonen der Küstenbatterien in der Festung verhinderten jedoch eine Landung. Angeblich aus der Zeit der englischen Besatzung stammt die traditionelle Kopfbedeckung der Frauen, die Kieschenotte. Scherzhaft wird behauptet, dass sie verhindern sollte, dass die Frauen dauernd von den Engländern geküsst wurden. Auf Vorschlag des damaligen Marineintendanten von Rochefort, Charles Colbert de Theroux, veranlasste Minister Colbert. Der gleichzeitig sein Cousin war, den Bau des ersten Leuchtturms an der Nordküste der Insel, er wurde 1682 fertiggestellt. Die Festung von Saint-Martin diente ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1946 als Gefängnis, von dem aus Sträflinge in Richtung französisch-Gayana eingeschifft wurden. Zu den bekanntesten Häftlingen, die in der Festung von Saint-Martin auf ihre Deportation warteten, gehört der französische Artilleriehauptmann Alfred Dreifuss. Er war in der Festung vom 17. Januar bis zum 21. Februar 1895 inhaftiert, bevor er aufgrund seiner unrechtmäßigen Verurteilung in der Dreifuss-Affäre auf die Teufelsinsel deportiert wurde. Mehrere Jahrhunderte später mussten die Inselbewohner noch einmal zeitweise sehr unter einer Besatzung leiden, weil die Iledere von der deutschen Wehrmacht ab 1940 besetzt war. Noch heute findet man, hauptsächlich an den Stränden der Südküste, einige aufgelassene Bunkerbauwerke, die wohl noch ein weiteres Jahrhundert brauchen, bis sie der dünnen Sand vollends bedeckt hat. Ein Abtragen der Werke wäre zu teuer, auch gehören die Bunker inzwischen zum typischen Bild der Strände und dienen als Mahnmale. Allerdings sind die Bunker auch eine Gefahrenquelle, vor allem für spielende Kinder. Sehenswürdigkeiten Festungsanlagen in Saint-Martin-Dere erbaut von Vorban Ferdes Bal-Eines Er baut 1854 als Ersatz des im 17. Jahrhundert von einem Bauunternehmer aus La Rochelle auf Anweisung des Ministers Kulbert errichteten Leuchtfeuers Verschleusen bei Saint-Clement des Bal-Eines und Saint-Marie-Dere Sie stehen zwar unter Denkmalschutz, werden aber von einer Interessengemeinschaft instand gehalten und betrieben. Der Fang steht den Mitgliedern zu. Eine Wanderung bei Erbe über den Schleusenwal am Leuchtturm ist ein interessantes Erlebnis. Bei Flut liegt der Rundgang unter Wasser. Vogelschutzgebiet Reserve Naturelle De Lio des Niges mit einem Informationszentrum. Auf 1500 Hektar nisten hier viele Arten wie Ringe, Gänse, Kneckenten, Brachvögel und silberne Regenpfeifer. Ruinen des Klosters Notre-Dame-Dere Der Grabhügel-Pierro mit einem Durchmesser von etwa 27 Metern besteht aus vielen flachen Steinen. Zentraler Bestandteil ist ein von sieben Säulen getragener Steintisch. Die Säulen sind durch kleine Mauern miteinander verbunden. In den so geschaffenen Räumen befinden sich Gebeine, Tongeschirr, Steinbeile, OSW, Punkt, Sport, Surfing, Golf in Leportes on Re, Presse. Die Zeitschrift Leperdere erscheint wöchentlich. Bilder, Punkt, 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 Punkt.